Nach diesem Video wirst du genau wissen, woran es liegt, wenn du richtig viel lernst und trotzdem keine guten Noten schreibst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und das Video trifft jetzt eine Zielgruppe von euch, sag ich mal, die richtig frustriert ist. Und wir haben diese Arten von Schülern oft in unseren Bewerbungsgesprächen, habe ich oft auch in meinen Instagram Nachrichten. Und wenn du zu dieser Art von Schülern gehörst, hast du dich wahrscheinlich sofort in dem Titel wiedererkannt, hast du sofort auf das Video geklickt, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben und dacht, ja, warum ist es so, Leo? Weil das sind für mich die Arten von Schülern, mit denen ich am allermeisten Mitleid habe. Und für die ich mich irgendwie auch am meisten einsetze und die mich irgendwie auch, okay, in Bezug auf die Probleme, die ihr habt, motiviert mich vieles. Aber gerade dieses Problem viel reinchecken und wenig rauszubekommen, ist auch einfach das, wo ich das Gefühl habe, da werde ich als Coach am allermeisten gebraucht. Ja, jemand, der nicht viel macht, dem kann ich auch mit Motivation, Ausdauer, Zeitmanagement und so weiter helfen. Aber wenn es nicht etwas von sich selbst auskommt, wird es schwierig. Aber gerade diejenigen von euch, die so viel reinstecken, aber nichts rausbekommen, da liegt es halt einfach an der Strategie. Und das ist eigentlich auch schon die Lösung für dieses Video. Wenn du viel machst, ja, du hast eine extrem hohe Schlagzeit, du lernst viel, du meldest dich viel, was auch immer, aber es kommt nicht das raus, was du haben möchtest, und zwar die Noten. So, dann liegt es einfach daran, dass du die falsche Strategie hast. Was meine ich jetzt mit Strategie? Damit meine ich zum einen natürlich die Lernstrategie. Ja, ich denke, das sollte relativ offensichtlich sein. Wenn du dir nie Gedanken über deine Lernstrategie gemacht hast, einfach so lernst, wie du es irgendwie mal seit der 6. Klasse angefangen hast zu entwickeln, einfach immer die Sachen immer nur wieder durchliest, dann kannst du so viel reinstecken, wie du willst. Es ist kein Wunder, dass du nicht die Ergebnisse hast, die du gerne hättest. Deswegen, da erstmal die Hinterfragung, dann hast du die richtige Lernstrategie. Du kannst dir gerne hier auf YouTube die A-Methode anschauen, einfach mal in YouTube suchen, hat schon extrem vielen Schülern geholfen. Bei uns im Coaching-Programm gibt es mittlerweile noch eine geupdatete Version von der A-Methode, das ist jetzt die BZAA-Methode. Die ist aber soweit erstmal unseren Coaching-Teilnehmern vorenthalten. Das heißt, wenn du auch Coaching-Teilnehmer werden möchtest, erster Link in der YouTube-Beschreibung, einfach draufklicken, Bewerbungsprozess folgen und dann hast du vielleicht auch den Zugang dazu. Aber die Lernstrategie ist es nicht immer. Man kann auch mit den herkömmlicheren Lernstrategien einigermaßen gute Erfolge haben. Es kann nämlich auch noch an anderen Faktoren liegen. Und zwar, es kann auch sein, dass du zum Beispiel einfach extrem aufgeregt von den Prüfungen bist. Für dich mag sich das normal anfühlen, weil du es nie anders gekannt hast. Aber es kann sein, dass du eigentlich auch richtig lernst und wirklich vor der Prüfung, vielleicht am Abend davor, richtig gut vorbereitet bist. Ja, deswegen frage ich auch ein bisschen, so wie ich es jetzt beschreibe, was trifft am ehesten auf dich zu. Wenn du merkst, hey, eigentlich kann ich alles noch, ich kann das anderen erklären und eigentlich checke ich das voll. Aber in der Prüfung kannst du dich abrufen. Dann frag dich mal, bist du einfach extrem nervös? Sprech gerne auch mal mit anderen Mitschülern darüber, wie fühlt es sich für euch an, wenn wir eine Klausur schreiben? Weil für dich mag es total normal sein, dass man dann fast schon so eine halbe Panikattacke bekommt und... Und andere sind vielleicht viel entspannter, heißt nicht, dass sie nicht nervös sind. Die Annervosität ist gesund, vor allem in so einer Situation. Aber vielleicht ist es bei dir viel intensiver als bei den anderen. Deswegen kannst du dich nicht so gut konzentrieren und kannst das, was du eigentlich kannst, nicht abrufen. Das heißt, wenn du merkst, okay, damit hast du Probleme, dann gib gerne einfach mal auf YouTube Leo Eckell Prüfungsangst, Leo Eckell Blackout oder so, was auch immer, ein. Da kriegst du die besten Tipps, die ich standardisiert geben kann. Auch da, wenn du merkst, du hast da wirklich ein tiefgehendes Problem, kann ich dir wirklich auch nur das Coaching von bestem Herzen einfach empfehlen. Weil gerade diejenigen, die Coaching-Tellernehmer, die zu uns kommen, die eigentlich schon alles gut können, die motiviert sind, die viel reinstecken, die auch schon vielleicht eine ganz gute Lernstrategie haben, tolles Verhältnis mit den Lehrern, was auch immer. Aber trotzdem, wenn man so aufkriegt, bei denen kann es wirklich sein, dass wir innerhalb von ein, zwei Tagen, da kann auch eigentlich ein Coaching-Call mit mir, reicht da meistens schon. Ich meine, wir betreuen euch natürlich weiter, aber wenn es vor allem an den Blackouts liegt, da hatten wir jetzt auch schon Teilnehmer, das ist halt unglaublich. Ja, die kommen in den Call rein, ich gehe mit ihnen eine gewisse Methode durch, wir finden quasi die Ursache für den Blackout heraus, lösen die und auf einmal hat die Person keine Blackouts mehr und geht auf einmal von konstant fünf Punkten in Mathe zu 14 Punkte. Und das ist nicht deswegen, weil ich irgendwie noch andere weitere krasse Tipps mitgegeben habe, sondern weil diese Person eigentlich die ganze Zeit schon auf diesem Level war, nur dadurch, dass sie irgendeine Sache in sich getragen hat, die immer diese Blackouts verursacht hat, konnte sie nie in der Prüfung das zeigen, was sie eigentlich konnte. Und dann durch einen Coaching-Call, boom, platzt der Knoten halt einmal. Und dann, deswegen darf, wenn du dir vorstellen kannst, uh, ich glaube, das könnte bei mir sein, befärb dich bitte unbedingt bei uns fürs Coaching, weil da können wir richtig, richtig viel machen. Ähm, es kann aber auch sein, dass du sehr gut lernst und gut vorbereitet bist und überhaupt nicht nervös bist. Und trotzdem kriegst du nicht die Noten, wo du denkst, hey, das hätte ich doch eigentlich verdient. Das ist auch möglich, erlebe ich nicht so häufig, aber kommt auch vor. Dann liegt es meistens daran, dass du einfach es, du kannst zwar das Wissen, was du sehr gut abgespeichert hast, auch emotional, mental in der Prüfung abrufen, aber du weißt nicht genau, wie du es anwenden sollst. Ja, da kommen dann wieder die Operatoren ganz, ganz stark ins Spiel. Das bedeutet, zu lernen, was ist bei welcher Aufgabe wirklich eigentlich gemeint. Ich habe da immer mein klassisches Beispiel, wenn jemand einfach, wenn es einfach nur heißt, ähm, nenne drei Bestandteile einer Zelle, dann bringt es dir nichts, wenn du mehr schreibst als die drei Fachbegriffe. Du kriegst einfach nicht mehr Punkte darauf und verlierst dann zum Beispiel hinten raus immer Zeit in der Klausur. Und da gibt es natürlich hunderttausend Sachen, ja, bei uns im Coaching gibt es auch eine, ähm, ich habe auch eine PDF angelegt, wo sehr einfach erklärt ist, was die einzelnen Operatoren, ähm, wirklich bedeuten, ähm, und das ist einfach super wichtig, ja, dass du auch zum Beispiel einfach noch diese, wenn das bei euch der Fall ist, dass bei jeder Aufgabe darstellt, wie viele Punkte es darauf gibt, dass ihr das ernster nehmt. Da steht nicht zum Spaß zwei oder acht Punkte. Das hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie viel du schreiben sollst. Auch was ist der Unterschied zwischen, keine Ahnung, äh, analysieren sie das und erläutern sie das. Ja, das ist manchen Leuten nicht hundertprozentig klar, ich bin ehrlich, mir war es die ganze Oberschule auch nicht klar. So habe ich erst gecheckt, wie wichtig es ist, als ich Abiturkoos geworden bin, in meiner Arbeit. Und ich dachte mir, wie kann es sein, dass ich rückblickend sowas nicht wusste. Wie kann es sein, dass ich zwei Jahre lang nur anhand von diesen Operatoren eigentlich bewertet werde, aber mir niemand mal erklärt, was sie sind, was sie bedeuten, wie es funktioniert. Ähm, und deswegen unbedingt, 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 ähm, euch damit auch auseinandersetzen. Ähm, sehr, sehr wichtig. Könnt ihr auch sehr gut googeln, ja, also nur wegen den Operatoren braucht ihr das nicht ins Coaching kommen. Könnt ihr natürlich auch machen, aber für die Operatoren sollt ihr eigentlich auch von den Lehrern Listen bekommen. Kann man auch gut im Internet nachgoogeln. Ähm, genau, das hilft euch da sehr, 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 sehr. Aber das sind so diese drei Hauptgründe, warum Leute, wenn sie sehr viel machen, keine guten Noten schreiben. Das heißt, erstens die Lernstrategie oder Prüfungsangst, beziehungsweise Blackouts. Wenn die zwei Sachen sind, kommen sehr gerne zu uns ins Coaching. Erster Link in der YouTube-Beschreibung, einfach bewerben und dann schauen wir, was wir da machen können. Ähm, und der dritte Punkt ist die Prüfungsbearbeitung. Wenn du da Probleme hast, kannst du auch gerne ins Coaching kommen. Ist aber nicht so dringend, wie bei den anderen zwei Fällen davor. Deswegen, in dem Sinne denkt dran, ich glaube an dich, gebt niemals auf. Wenn ihr viel reinsteckt und nicht es rauskommt, was ihr euch wünscht, bleibt trotzdem einfach dran. Bleibt dran, schaut die Videos, kommt ins Coaching, macht was auch immer, fragt eure Lehrer nach Hilfe. Irgendwann platzt dieser Knoten und dann werdet ihr euch sehr, sehr danken, dass ihr dran geblieben seid und nicht in Bezug auf euch selbst aufgegeben habt. In diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Wir sehen uns im nächsten Video.